Hallo Minecraft! Willkommen zur 10. Folge Minecraft Captive! Ja, Captive! Captive! Hier, Achievements machen und die Welt vergrößern! Ja, ein Baum! Sehr cool! Aber wieder so ein Riesenteil, das kann man wieder nicht ganz abbauen. Ich habe mir jetzt noch mal das Resource Pack umgestellt. Ich wollte gerade gucken, ob ich eine Axt habe. Ich habe sie aber nicht immer. Resource Pack umgestellt. Das heißt, es ist dasselbe, was ich gerade in Sky Factory benutze. Da da ist, da da ist, PureDB Craft. Eigentlich für Minecraft 1.8. Aber wir gucken einfach mal, ob das geht oder nicht. Wenn es nicht geht, dann werden halt ein paar Bilder nicht angezeigt. Nicht richtig. Aber ich denke, das ist jetzt kein großes Problem. Zumindest für mich nicht. Was soll's. Ich muss irgendwie neue Achievements machen. Ich muss eigentlich im Grunde immer noch irgendwie Diamanten farben, damit ich eine Diamantspitzsacke machen kann. Dann müssen wir irgendwie Obsidian farben, damit wir ein Meter können. und dann geht's vielleicht ein bisschen schneller. Ich hätte mir eine Axt machen sollen, aber jetzt lohnt sich's auch nicht mehr so wirklich. So. Was ist das? Warum ist das hier gelb? Brot und so haben wir nämlich schon alles gemacht. Ich hab hier die, ähm, die Achievements mal offen. Genau. Woops. Jetzt hab ich's wieder, äh, List of Achievements. Lippery. Spawner Witter. Ja, klar, machen wir doch. Ähm. Weiß grad gar nicht, ob ich, äh, ja, müsste aktuelle Liste sein. Wir müssen einen Haufen braten. Flower Pot. Flower Pot können wir machen. Wir haben Clay. Clay. Und Flower Pot, dass der uns rettet, hätte ich jetzt nicht gedacht. Äh, Flower Pot. Ein sein. Äh, ist gar... Nein. Och, verdammt. Flower Pot ist bei, bei, äh, hier, ähm, eigentlich am PC gar kein Achievement. Äh, hm, hm, hm. Haben wir uns so umsonst so ein Ding gemacht? Doll. Egal, dann verschön mal hier, äh, äh, what the hell ist das groß? Einfach schön mal hier ein bisschen das Haus. Oh, mit einem kleinen Bäumchen. Hm. Ich dachte, das wäre ein Achievement, aber das ist für, für Xbox oder so. ist das eins aber nicht bei uns. Ein Bookshelf. Bookshelf können wir wahrscheinlich auch nicht machen, weil wir einfach kein Dings da haben. Äh, äh, kein Leder. Ich glaube, da müssen wir gleich nochmal runter gehen. Das ist alles ein bisschen groß hier. Vom, vom Design her. Was haben wir denn? Hier ist das Augwood. Ja. Dann können wir hier mal noch zubauen. So. Schön. Schön. Ähm. Ja, wenn das kein Achievement ist, ist wahrscheinlich ein Brick auch keins. Nö. Ah. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Moment, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Äh, Clay, lassen wir da. Eisen haben wir schon raus. Nö. Wir können, wir können eine Eisen, äh, eine Bahnstrecke bauen. Warte mal. Wir fahren ein bisschen im Kreis. Wir können im Kreis fahren. In Minecraft. Ähm, Eisen. Wir müssen... Haben wir fünf. Brauchen wir zwei... Brauchen wir fünf. Oh, Minecraft. Oh, wir fahren jetzt ein bisschen im Kreis. Ist aber langweilig. Schau, ich wollte gerade mal gucken, Statistiken. Äh, ähm, Distance by Minecraft. 55 Meter. Na toll. Also das dauert eine Ewigkeit, das kann man nicht machen. Ähm. Ich geh jetzt mal runter, guck mal, ob ich noch ein paar, ähm, Sachen finde. Eisenspitze haben wir hier. Und dann gucken wir mal. Creeper. Creeper. Ich frag mich aber, wie der da hingekommen ist. Und da ist Essen. Und da ist Essen. Na, wir müssen essen. Können wir brauchen. Vielleicht ist da noch irgendwas, was sonst... Vielleicht ist da noch irgendwo... Woah. Komm. 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 Komm doch. Mann. Ja, ein bisschen erschreckt hat er mich schon. Da ist Wasser. Da ist, äh, da ist, äh, wie heißt denn das? Zuckerrohr. Zuckerrohr. Boah. Mit Zuckerrohr. Aha. Aber da kommen wir noch nicht hin. Mit Zuckerrohr könnten wir Bücher machen. Aber wie gesagt, da kommen wir noch nicht hin. Das ist noch zu weit weg. Was? Hallo? Hä? Wo war da ein Creeper? Wo war da bitteschön ein Creeper? Mann, Mann, Mann. Boah. Und wahrscheinlich liegen jetzt meine Sachen nicht... Och. Wenn die jetzt rausgeflogen sind aus dem Teil, dann komme ich da gar nicht mehr dran. Wo kam, wo kam der her? Ja. Ey, das war jetzt ein bisschen ärgerlich. Muss ja nicht sein. Äh, fackeln. Ja, Inventar ist jetzt gerade ein bisschen unsortiert. Da ist eine Kiste. Die habe ich schon leergeräumt. Nein! Alter! Wo kommen die Viecher denn her? Ey. Das war ein bisschen unvorbereitet. Unvorhofft kommt oft. Alter. So, ich glaube aber, wir machen hier mal, äh, zu. Wir brauchen keinen ungebetenen Besuch. Wir brauchen keinen ungebetenen Besuch. Fucking brauchen wir. Ach so, hier stimmt das Inventar wieder nicht überein. Deshalb scheinen die Symbole auch alle ein bisschen größer. So, aber wir gehen jetzt nochmal nach unten und dann, äh, hauen wir nochmal ein bisschen auf, äh, die Erde ein. So, Leute, ich bin hier immer noch unten, ich habe jetzt hier ein bisschen abgebaut und, was ist das grüne? Emeralds. Emeralds. Ja, ich habe nämlich gerade schon was ganz geiles gesehen. Wir müssen eigentlich nur, nur in Anführungsstrichen, ähm, darunter kommen. Zu der, weißt du das? Zu der Höhle, die wir letztes Mal gefunden haben. Und da gibt es einen Haufen Ressourcen. Deshalb habe ich jetzt hier nochmal die Wand ein bisschen ausgebaut, damit die mich von da hinten nicht runterhauen können. Aber, äh, äh, wir müssen irgendwie gucken, wie wir da runterkommen. Es wird nämlich ein kleines Problem. Wahrscheinlich müssen wir uns mit Wasser runterlassen. Ähm, das heißt, wir müssen in der nächsten Folge, oder wir müssen... Guck mal, was da alles liegt. Da, das müssten Diamanten sein. Da ist ein Holz. Aber natürlich, äh, ein Haufen Emeralds. Gold liegt da unten. Also da gibt es einen Haufen Zeug. Aber, wie gesagt, wir müssen da erstmal runter. Und das, äh, bedarf wahrscheinlich einer Eisenrüstung. Haben wir ja. Ja, äh, müssen wir mal gucken. Ich denke, das ist der Auftrag für die nächste Folge. Weil anders komme ich hier nicht voran. Ich brauche Diamanten, um zum Beispiel einfach Obsidian abzubauen. um da weiterzukommen. Um hin nähter zu kommen. Um, 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 um. Diverse... Was jetzt? Hä? Was ist das? Ich habe jetzt das Ding einfach mal kaputt gemacht. Darf man das? Was ist das? Was ist das? Obsidian? Bad Rock? Ne, ich habe das jetzt mal einfach kaputt gemacht. Ich wusste nicht, dass es... Aber was machen jetzt die Zahlen hier? Toll, jetzt haben wir Prismarin. Ich weiß nicht, was ich mit dem ganzen Zeug anfangen soll. Ist das Schnee? Ja. Es schweben hier tausend Zahlen rum. Toll. Also, wir müssen uns einen Wassereimer holen. Haben wir hier vielleicht noch Eisen? Ups, Altbruch. Loll, da ist auch noch eine Kiste, aber da kommen wir auch wieder nicht dran. Jetzt rennen da unten lauter, lauter Zahlen rum. Hätten wir Zuckerrohr, könnten wir wenigstens verzaubern. Dann könnte man im Nether oder bei den Zombies unten besser überleben. Aber haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Ich baue mich mal darüber. Meine Nase juckt. Boah. Was ist denn nochmal Clay? Und da ist Glas. Da ist Glas drüber. Warum ist denn da da Glas? Hm. Alles sehr merkwürdig. Ich wollte jetzt die Kohle da noch abholen. So. Also, einmal müssen wir machen. Haben wir überhaupt noch Eisen? Hier ist eins und oben habe ich glaube ich noch zwei. Das heißt, das reicht genau um, hier geht's hoch, um den Eimer zu machen und dann uns da mit Wasser runter zu lassen. Und dann können wir endlich Diamant abbauen und so weiter und so fort. Und dann geht's endlich weiter mit Achievements, das ich so lange brauche um das nächste Achievement. Oha, der ist doch, ich dachte das wäre ein Fake. Ich dachte das wäre ein Fake. Ich dachte das wäre gar nicht wirklich da. Ich habe das angeguckt und dachte, oh, da steht ein Skelett rum. Aber das ist wirklich... Oh, ne, da nicht. Das ist Eis, glaube ich. Dass es wirklich da steht, das habe ich nicht erahnt. Achso, da ist es mein Card, genau. Da habe ich ja auch was. Da habe ich ja noch was mitgebracht. Na toll. Dann können wir das eigentlich auch machen. Hier, das ist eine größere Strecke. Jetzt schmelzen wir noch kurz das Eisen ein für die nächste Folge. Und dann war es das für heute. Ich bedanke mich bei euch für das Zuschauen. Nächstes Mal schaffen wir es endlich, weitere Achievements zu machen. Definitiv. Also gibt es kein Wenn und Aber. Wir werden das hinkriegen. Und dann sehen wir uns wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like oder einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.